Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vektor. Wahrscheinlich wird es die letzte sein, weil so viele der wir sind jetzt auch nicht mehr. Wir waren hier stehen geblieben, denn das hier hatten wir letzte Folge gemacht. Überall, naja, fast überall hatten wir, ja okay, vergisst es nicht. Wir werden jetzt hiermit weitermachen. Wahrscheinlich wird es wieder so einigermaßen Zeitlupe sein. Ich hoffe natürlich nicht, weil das ist schon so ein bisschen, oh, hier haben wir schon alle. Das ist ziemlich cool. Das heißt, eventuell können wir jetzt über drei Sterne schaffen, was ich auch hoffe. Wir werden einfach mal gucken. Und sonst versuchen wir einfach irgendwie so, naja. Oh, das ist ein ziemlich schweres Level gewesen. Das weiß ich auch noch. Sieht mir jetzt leider wieder alles in Zeitlupe. Normalerweise sieht es nämlich nicht so aus. So, und hier gehen wir eben kurz herunter. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd durch die Zeitlupe und so, aber ihr seid das hier schon seit dem letzten Part so gewohnt. Also, ihr kennt das wahrscheinlich nicht mehr anders. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich gut. Dann kann man es zumindest so sagen. Also, ihr könnt auch mal rein theoretisch anhalten. Also, hier und eine Fahrstuhung da gehen. Da läuft er automatisch rückwärts. Und das heißt, wir müssen hier wieder anhalten, weil das dazu geht. Okay. Schnell also wieder weiter durch. Ja, müssen auch Sliden. Und weil, warum nicht? Dann hier noch einmal rüberspringen. Und da verfolgt auch schon wieder der Bösewicht. Was auch der Oma davon jetzt will. Ich hab's jetzt um nicht rausgefunden. Und hier sliden wir natürlich so geil wie wir sind. Einmal rüber. Und springen hier durch die Gegend. Mal gucken, wann der erste Trick kommt, den wir machen müssen. Aber das ist nochmal alles in Zeitlupe. So, von Sequenz her. So, hier müssen wir jetzt Gas geben. Den da oben haben wir leider nicht gekriegt. Ich weiß auch nicht, wie das gehen sollte. Und hier jumpen wir dann um die Wette. Und kommen dann auch genau hier hin. Und können hier rein theoretisch genau so weitermachen. Das sieht doch eigentlich schon mal ziemlich cool aus. Okay, den haben wir auch nicht gekriegt. Scheiße. Boah, ich frag mich aber auch, wie man die da oben kriegen kann, wenn man das schon einmal so gemacht hat. Hier müssen wir jetzt schneller hochkommen. Und da oben ist auch schon unser erster Trick, den wir jetzt machen. So, hier erstmal einen geilen Split irgendwas rüber. Habe ich nicht ganz lesen können. Hier kommen die ganzen Fahrstühle, wohin auch immer die wollen. Das heißt, wir springen jetzt einfach mal so ganz cool durch die Gegend. Ich meine, warum auch nicht. Da oben finden wir schon wieder ein bisschen Geld. Und hier dürfen wir schon wieder die Wende hochspringen. Das ist natürlich auch geil. Aber hier springen wir jetzt mal nicht, weil wir hier noch den Stunt mitnehmen müssen. Was auch immer der bringt. Wahrscheinlich nur ein bisschen Zeitnachteil, aber immerhin, wir haben es gemacht. So, und hier geben wir jetzt auch nochmal Gas, um hier so einmal komplett rüber zu springen. Gleich in einem Stückchen. Können wir hier das hier auch nochmal gleich mitnützen. Und hier schön rübergerollt. Hier werden wir jetzt einfach mal so runter gehen. Und hier so rüber springen. Loy, wir sind genau drüber gesprungen. Alter, ich glaube, das ist ziemlich scheiß runter. Weil normalerweise sollten wir ihn eigentlich nicht mitnehmen. Hier dürfen wir jetzt runter durchsliden. Und hier nochmal einen R-Spin machen. Um hier dann wieder zu sprinten. Genau. Alter. Oh, hier müssen wir abholen. Ist nicht, dass wir gegen die Wand klatschen. Denn wenn sowas passiert, dann haben wir eigentlich schon verloren. So, wie der Typ hier unten. Der macht das jetzt auch gerade richtig. So, jetzt geben wir hier nochmal ein bisschen Gas. Ich meine, weil wir es ja können. Ich glaube, das war sogar schon der letzte Stun, den wir gerade eben gemacht haben. Das heißt, hier dürfen wir jetzt einfach nur noch... Ja, Mann. So richtig geil durch die Gegend jumpen. Und... Ja. Durch irgendwas hoch. Und dann mit einem Zug, glaube ich, weg oder so. Ja. Alles klar. Wir haben zwei Sterne. Wahrscheinlich, weil wir nicht alle eingesammelt haben. Und wir haben gar keinen eingesammelt. What the fuck? Okay. Scheiß drauf. Slow Spin. Ja, das passt ja. Slow ist nämlich auch gerade das Spiel hier einigermaßen. Und mit einigermaßen eigentlich ganz schön. Normalerweise... Ich kann es einfach so sagen. Normalerweise wäre es doppelt so schnell, würde ich sagen. Aber hier sind wir jetzt auch schon... Normalerweise müssten wir jetzt... Ja. Sind wir schon ziemlich schnell unterwegs. Und jetzt... Aber mal kurz so... Ja, Mann. Den haben wir gekriegt. Guck mal, der da hinten. Leute. Ey, der ist ein zweiter rausgekommen. Das finde ich ja jetzt unfair. Oh, was ist denn das hier? Leute. Alter. Ja, guckst du, ich habe mir Zeit verloren. Das ist das Eineste. Nur, das sieht ja eben cool aus. Und dadurch kriegt man eventuell auch mal drei Sterne. Aber sonst... Naja, ne. Wollte wir hier voll geil durchwaschen, ey. Oh, oh, das war jetzt ein Fehler. Ja, genau sowas passiert dann. Und sowas ist echt scheiße. Das heißt, jetzt würden wir nämlich... Weil es da absolut gar keine Checkpoints gibt, dürfen wir jetzt nochmal komplett von Anfang anfangen. Und hier erstmal mit Vollspeed durch die Gegend rennen. Ich hoffe uns das... Wir hoffen, dass uns der Hinterrader da nicht kriegt. Aber der kriegt uns schon echt, weil wir jetzt hier hammermäßig geil durch die Gegend springen. So, da gehen natürlich erstmal schön geil die Türen auf. Und wir rennen hier erstmal schön hoch und machen nochmal den Ersten hier an der Tür. Und wir haben dadurch, glaube ich, schon... Ja, wir haben dadurch Zeit verloren. Das ist echt so. Aber hier nochmal richtig geil rüber. Ich meine, why the fuck not. Hier nochmal das Teil eingesammeln und weiter durch. Hier gehen wir jetzt einfach schon mal ein bisschen früher. Ha. Da jetzt Gas geben, so richtig geil sprinten. Und wir sehen, dass nichts... Oh doch, da passiert doch was. So, und jetzt hier schön geil hochspringen. Alter, wie hoch wir gerade gesprungen sind. Fuck. Und hier nochmal... Oh, oh, schnell, schnell, schnell. Oh, da kommt zum Teil. Oh, hier müssen wir auch rüber. Okay. In den Fahrstuhl. Okay, ja. Runter damit und... Ich glaube, wie soll man da oben rankommen? What the fuck? Egal, hier springen wir einfach mal über diese... Ich glaube, das sind die neuen Parkbänke sein oder so. Egal, einfach mal ein bisschen Gas geben. Und durchrennen. Egal, wie lange wir rennen können. Ja man, das haben wir auch noch gekriegt. Ah, geil. Ich glaube, aber das wird nicht mehr für zwei Stellen reichen, weil wir schon so ein paar... Zum einen haben wir nicht alle Tricks. Und zum anderen haben wir nicht alle von diesen Bonuspunkten. Aber ganz im Ernst, das... Dadurch verliert man Zeit. Alter, das war es gerade knapp. Jetzt müssen wir schnell weg. Lol, den zum Beispiel haben wir auch verloren. Ja, sehe ich, Junge. Ja, Mann. Hier auch nochmal rüber. Und das Teil mit dem Sprung haben wir leider noch nicht freigeschaltet. Das Teil da oben kriegen wir aber jetzt... Jupp, genau eingefangen, was auch immer das sein soll. Oh, das war Kästchen jetzt halt. Okay, okay. Die Steine fallen runter und wir gehen schön in den Zug. Oder in die Gondel oder was auch immer das sein soll. Wir haben... Ah, nur einen. Ja, das war leider schon klar. So, hier machen wir jetzt mal... Ich weiß gar nicht, wer hieß... Ah, 1 von 9, okay. Ja, komm, lass mal hier... Was wollen wir denn davon machen? Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Sheet. Oder Flying Arrow. Boah, Alter. Ja, komm, machen wir das. Wir haben ja noch ein bisschen Geld, das heißt, sonst können wir ja gleich gucken. Aber ein Level steht ja nach dem hier noch vor uns. Das heißt... Naja, ne? Mal gucken, wie wir das hier so schaffen. Mit einem geilen Trick, den ich selbst noch nicht gesehen habe. Hier jetzt eben kurz über die zwei Fässer und... Lol, Alter. Vollgas. Das Teil da oben nehmen wir auch noch eben kurz mit. Alles klar. Ich mein, lol, auf Zügen. Können wir eigentlich auch runterrutschen? Ja, können wir. Haben wir geil. Alter. Wo ganz im Ernst, was ist das Bötteschön für ein Typ? Der muss ja... Stein... Alles Mögliche haben. Hä? Guck mal, da oben hätte man bestimmt auch noch raufgehen können. Oh, Leute. Das ist das, was ich meine. Dadurch... Ja. Verschweint man ziemlich viel Zeit, wenn man irgendwas Blödes macht. Das heißt, man kann halt eben auch gar nichts machen. Aber dadurch verschwendet man halt ziemlich viel Zeit. Und die Zeit nutzt der andere Typ, um dich erst mal zu bekehren. Und warum schmeckt der oben immer so durch Glas? Und vor allem, was will ich denn überhaupt von mir? Ey, Junge. Fuck you. So, jetzt spreche ich mal von hier ab. YOLO. Lol. Und dann nicht jetzt. Oh, auch hier. Alter. Ganz im Ernst, was der für... Woraus besteht ja, bitteschön, dass er sowas überlebt. Ja, man. Das ist auch noch mal eben kurz mitgenommen. Ich meine, warum auch nicht? Schaffen wir das? Ja, man. Jetzt sind wir oben drauf. Aber was bringt uns das? Nichts aus, was wir runterrutschen können. Und den... Ah, okay. Das... Dadurch haben wir jetzt also das mitgenommen. Den hier haben wir jetzt leider nicht... Ja, direkt gesperrt. Ja, super. Hier schwinge ich jetzt einfach aus. Das weiß man nicht. Damit wir das Teil hier... LOL. Nein, das habe ich nicht gesehen. Nein. Nicht im Ernst sogar. Ach hier, komm. Wo soll ich denn wissen, dass da so ein Scheißloch ist? Ja, komm, nochmal Fahrstuhl hoch und... Weiter. Geh mir rüber. Diesmal aber anders. Und der andere, der... ist irgendwas. Mal gucken, wie kann man das am besten hinkriegen? Hm, das Teil da oben kriegt man aber auch nicht. Guck mal, wie schnell wir vor allen Dingen sind. Und dann noch aus dieser Höhe. Ganz im Ernst, das kann man doch nicht einfach so hinkriegen. Oh, oh. Oh, Junge, weihle dich. Oh, Junge. Schneller. Alter, okay, komm. Komm, komm, wir schaffen wir. Yolo, ha, du bist unten, denkst. Oh, ich bin schneller als du. Junge, wir haben ihn abgehängt, Alter. Okay, jetzt. Yolo-Sprung. Werden wir, der geht wieder schief. Ach, ja, komm. Jetzt gibt Gas. Alter. Ist der nah dran. So, okay, jetzt haben wir jetzt aber... Okay, wir haben zwar schon eigentlich ziemlich doll verkackt, aber... Den hier machen wir jetzt noch. Schieb. Irgendwas. Ja. Alter. Daran habe ich gerade fast gar nicht gedacht. Hier haben wir richtig geil rüber. Das leiden wir hier rüber. Nein, auch das gleiche. Oh, ich glaube, wir sollten uns beeilen. Warum auch immer das Teil gerade, wann da geht, aber... Hier drunter durchsliden, wie gekonnt. Und... Alter, wir haben es schon geschafft. Okay. Wie viel haben wir? Verdammt, ich glaube, wenn wir den hier wenigstens noch gehabt hätten, hätten wir noch zwei gehabt. Na, komm, machen wir erstmal das letzte noch. Doublespin und Flying Error. Guck mal, hätten wir den vorhin freigeschaltet, hätten wir den jetzt hier auch, aber... Alter, das ist aber so mega teuer, aber... Das ist so, wie das jetzt Level ist und teuer. Äh... Lass uns den hier auch nochmal machen. Jetzt hätten wir auch noch ein bisschen Geld. 400, das heißt, den wir können... Ja, komm. YOLO. Jetzt haben wir noch 100. Supi. Echt? Supi. Nicht. Okay. Gut, was jetzt? YOLO. Leute, ich kann nicht springen. Achso. Leute. Ach ja. Jetzt jumpen wir natürlich erstmal durch Glas. Ich meine, was auch sonst? Leute, ist hier noch jemand. Alter Junge. Dadurch, dass es eine Zeitlupe ist, dort kann man alles natürlich noch ein bisschen früher erkennen. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich gut. Allerdings wird dadurch alles ziemlich leicht. Okay, okay, okay. Hier geht es gar rüber. Und hier jetzt hoch. Und hier längs. Okay, gehen wir jetzt in die andere Richtung. Egal. YOLO. Schnell hier längs. Ich habe zwar keine Ahnung, wohin, aber... Äh. Ah, um das Teil dazu holen. Ah, okay. Und hier jetzt... Oh, Goal. LOL und geil. Heiß Goal, okay. Alles klar. Hier müssen wir jetzt hoch, denke ich mal. Ja genau, um das Teil da hinten zu kriegen. Die dürfen wir jetzt wahrscheinlich nicht springen. Jupp. Und wenn wir gesprungen werden, hätten wir nämlich auch den Trick hier nicht gekriegt. Ja geil, einfach. Einfach mal so rüberspringen. Oh, nein. Da sind wir zu spät abgesprungen. Dadurch haben wir das Teil voll berührt. Weil wir so mega schnell waren. Auch wenn man das hier nicht gesehen hat. Weil ja, alles in Zeitluke ist. Ich meine, was auch sonst. Ja, komm, das machen wir jetzt aber noch. Okay, man könnte, glaube ich, auch unten längst. Aber das mache ich jetzt mal nicht, weil ich nämlich alle von diesen Pütchen haben möchte gerne. Alter, warum... Okay. Boah, die geile Musik geht immer mit dir rund. Ich weiß jetzt nicht, ob das Musik ist oder einfach nur... Ja, okay. Okay, das Teil da oben wollen wir schon gerne haben. Denn wir wollen ja ein bisschen was verdienen und so, ne? Ich meine, 100 haben wir ja noch. Das heißt, wenn wir noch 200 zu kriegen würden, könnten wir uns bestimmt noch irgendwas kaufen. Eventuell. Unter Umständen. Mal gucken. So, hier jetzt erstmal sofort springen, um das Teil zu kriegen. Ich meine, ganz im Ernst, warum verfolgt mich der andere überhaupt? Ich meine, der hätte mich doch einfach abschießen können. So, hier jetzt runter durchsliden. Unten könnte man, glaube ich, auch wieder längs. Dann habe ich gerne mal oben, weil ich das Teil da oben, wie ich schon gesagt, haben möchte. So, hin und her. Und hier, das ist doch gar nicht schwer. Und blablabla. Ja, ja, ich falle schon. Okay, das Geld hier kriegen wir. All plus 10. Und den Stunt machen wir auch nochmal eben kurz. Hier bremse ich jetzt mal lieber ab, damit wir das nicht hinbekommen. Okay, da hat der andere nämlich das gemacht, was ich zuerst machen wollte. Mit Vollspeed rüber. Und der ging jetzt zu mir. Halt, wie das klingt. Ich will hier wieder mal nicht springen. Wenn ich gesprungen wäre, hätte ich aber einen ziemlichen Abstand im Gegend zum anderen gehabt, wahrscheinlich. So, ich glaube, wir haben es aber auch gleich geschafft. Denn hier kommt jetzt so ziemlich normales Ende, denke ich einfach mal. Darum ist noch was. Ja, Mann. Und hier ein geiler Stunt. Ja, Siggi. Alter, und da gleich noch einer. Flying Arrow. Jo, machen wir mal easy, so. Und da haben wir schon geschafft. Ja, Mann. Fuck you. Kriegst du uns einfach nicht. So ist das halt. Und. Leute, Alter, wie viel Geld wir jetzt wieder haben. Okay, weiter. Weiter geht natürlich nicht, denn wir haben nur 10 Level. Ich weiß jetzt nicht, aber. Wahrscheinlich kommt die Folge heute sowieso wieder ein bisschen später. Wir können ja nochmal in die Level zum Beispiel hier reingehen. Vielleicht mal den für 150. Und wir versuchen es einfach nochmal. Weil wir haben ja, wir sind jetzt gerade so ungefähr bei 16 Minuten, denke ich mal. Ja, komm, lass einfach nochmal versuchen eben kurz. Und jetzt gibt es ja auch eventuell nochmal irgendwann eine Special-Folge oder so. Die dürfte dann allerdings nicht ganz zu lang sein. Nein, verdammte Scheiße. Damit haben wir das schon wieder nicht. Ah, ja, komm, warte. Ja, wir haben ja Zeit. Ist ja sowieso eine extra längere Folge, zumindest etwas. So. Und jetzt müssen wir es leiden, es leiden. Ach, komm, ja, okay, komm, fuck you. Wie geht das halt nicht so? Ganz einfach. Geht. Da warte ich hab, komm, ne Idee. Ja, das wird zum Beispiel passiert, wenn wir uns nicht geduckt hätten. Okay, warte, jetzt, jetzt hab ich die Monster-Idee. Ja, nein, nicht hier hochsliden. Gut. So. So. Und so. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und sofort hochjumpen und hier drunter durchklettern. Oh ja, und ein bisschen Speed-Vollgas geben. Ja, das Teil haben wir auch. Dann macht das bestimmt anders. Nein, dann macht das genauso. Ah, der ist nicht runtergeslilt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aha, das ist der neue Trick, den wir gerade gemacht haben. Das wollen wir auch noch voll haben. Und sonst, oh oh, ich glaub, das wird schiefgehen. Ja, das ging schief. Schneller hoch. Komm. Alter, ich möchte das jetzt nicht mehr verlieren. Ah, da schon wieder was Geiles. Komm, 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 das schaffen wir aber noch. Ja, Mann, Junge, sicher. Ah, fuck you, haben wir. Haben wir. Drei sogar, Alter, jetzt. Jetzt gehen wir ja aber gerade richtig geil ab. Zurück. Heißt es jetzt? Na, okay. Na gut, okay. Ich denke mal, wir versuchen das irgendwann anders, weil jetzt gerade sind wir so bei 18 Leute. Gleich 19 Minuten, what the fuck. Auf jeden Fall. Nein, das war jetzt nicht. Dann bedanke ich mich erst mal fürs Zuschauen. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann noch mal eine Extra-Folge hier, wo wir hier versuchen, erst mal alle drei Sterne zu kriegen. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das fürs Erste und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.